Also sie sind wohl Arenaleiter Rocco! Ja, das bin ich. Ein kleiner Fail ist zwar, dass meine Pokémon jetzt ein bisschen höher sind, aber ihr werdet das sehen warum. So, Fucanu! Attacke! Nein! Fucanu! Fucanu! Ja, warte, ich krieg das hin. Nein! Ach, das... Kann auch... Oh, Leute! Hey, es ist wegteleportiert doch. Das ist nett gibt es aber nicht. Wie es auf mich zuläuft. Hey, bleib hier! Warte, warte, warte. So, jetzt. Mach du mal. Ah. Es läuft aber... Ah. Warte mal, ich muss mal in der Mitte stehen bleiben. So. Warte mal, ich werfe dich einfach an. Geht das? Ja, ich werfe dann... Ah. Ja. Ach so, jetzt stehen wir in der Mitte, ist ja auch kacke. Egal. Na, egal. Das muss so sein, ja. Okay, Freunde, der Kampf geht erneut los! Steinkante! Bodycheck! Oh. Loll. Okay, das ist, äh, ein sehr schlechtes Oben, Freunde. Das kommt von oben, das gute Oben. Bisaflor! Steinhagel! Rasierblatt! WTF? Pfff! Lol. Okay, was haben sie noch für ein Pokémon? Dein Kleinstein ist immer noch im Ring. Äh, egal. Ist aber besiegt. Ja. Wird uns tot angezeigt. Okay, alles klar. Das ist die Leiche, die da rumliegt. Die Leiche. Lol. Alter, was machst du mir für'n Schaden? Äh, Drachenwut! Oh, oh! Uh! Wo, wow, 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 wow… Ähm… Eiszahn! Lol. Alter Schwede! Und mein letztes. Dein letztes. Was ist das letzte? O Master! Ich möchte mir ganz kurz angucken, wie es aussieht. Ah, das. Ah, okay. Sehr geil, Drachenwut. Uiuiui. Ich glaube, ich werde doch noch mal das Pokémon wechseln. Bitte warten. Ui. Okay, hat jetzt nicht so viel gemacht. Wir benutzen einfach mal... Blubber. Blubber hat so gar nichts gebracht. Da habe ich ja noch meine Geheimwaffe. Deine Geheim... Du hast noch eins? Oha. Du hast noch einen Trank, wa? Nein. Hast du vielleicht noch einen Trank? Ich weiß nicht, was deine Geheimwaffe... Oh nein, was? Totok... Was? Totok wurde besiegt? Ach, du Kacke. Ähm... Gyarados, in den Ring mit dir. So, jetzt machen wir ihn, äh... Fertig. Und zwar mit... Eiszahn. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Ach, du Scheiße. Alter, was ist hier los? Oh, Gott sei Dank. Ja. Hördchen Glückwunsch, Sie haben mich besiegt. Boah, danke, Professor, äh... Rocko. Wieso können wir den Kampf nicht beenden? Das fragte ich mich gerade auch. Freunde, das war der erste Orden auf jeden Fall aus meiner Sicht soweit. Leider können wir den Kampf nicht beenden, deswegen zoomen wir hier noch ein bisschen rum. Ich glaube, ich mache ein kurzes Aufnahmepäuschen, weil hier wahrscheinlich einiges abgeschmiert ist. Wir sehen uns also gleich wieder. Tschüss. Aufnahme starten. So, nach diesem kurzen Neustart sind wir wieder zurück mit dem Rocco noch hier an der Seite. Und ich erwarte meinen Orden. So, für den Bestehen des Kampfes gegen mich kriegst du einen Orden. Und Toboträter, sponsert bei Nike. Yeah, geile Nike-Toboträter. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Rocco. Und ich hoffe, dass Sie nicht allzu böse auf mich sind. Ich glaube... Aber ich bin jetzt erstmal wieder mindestens einen Tag in Urlaub. Alles klar. Aber ich glaube, bevor Sie gehen, bevor Sie gehen. Ich hatte noch den Kumpel, den Danny. Und der wollte auch unbedingt gegen Sie kämpfen, weil der wollte auch sich mal seine Pokémon mal testen bei Ihnen. Na dann, schicken Sie einfach alle her. Ich bin jetzt noch ein paar Minuten da, wenn die noch kämpfen wollen. Sagen Sie, bei Gewinn gibt es Turbo-Träter plus einen Orden. Alles klärchen. Könnten Sie mal bitte den Wilms anstupsen, damit er uns beide wieder moved? Oder beziehungsweise bloß mich? Ja. Das wäre super cool. Aber ich finde Sie so sympathisch, ja? Ich finde Sie einfach sympathisch. Dann darf ich Sie auch. Oh, das ist aber sehr nett von Ihnen. Professor Eichel mache ich immer gar nicht. Der hat was gegen mich. Professor Eichel hat was gegen Sie? Ja. Herr Wilms, Herr Wilms, ich möchte heute wieder gemoved werden. Also hatten Sie... Achso, okay. Okay, ich dachte, okay. Nein, alles gut. Ja, könnt ihr gleich erzählen, wie es ausgegangen ist. Ja. So, hallo. So, hallo, ja. Nach diversen Abstürzen und Problemen haben wir es geschafft. Der Sieger steht fest. Und wer ist das? Der Tosny hat mit bloß, also wirklich, wirklich bloß knapp, habe ich gewonnen mit nur noch einem Pokémon. Echt geil. Was, wo schon zur Hälfte ungefähr? Dann kriegen wir jetzt alle dafür einen Orden, weil wir alle... Nein, jeder, der einen Orden haben will, muss gegen mich kämpfen. Dafür gibt es bei Sieg einen Orden plus Turbo-Träter. Was? Das hat man nicht abgemacht. Das ist völliger Schwachsinn. Turbo-Träter nutzen sich ab, die gehen schnell kaputt. Das war alle nicht abgemacht. Das war abgemacht, okay. Das war abgemacht. Oh, wie süß. Die gehen schnell kaputt. Also, habt ihr nicht lange was davon. Ich habe meinen Turbo-Träter schon immer seit lange. Schon immer seit lange, ja. Da hattest du den Vorteil, dass du sie hattest. Niemelche. Krass, oder? Ich finde den Weg einfach nicht mehr zurück. Ich weiß, mitten in der Pampa irgendwo... Ich dachte, wir dürfen nicht alle gegen ihn kämpfen. Dann will ich jetzt gegen dich kämpfen, so. Kannst du doch. Aber, ey, das ist eine Aufnahme. Ne, kannst du ja so machen. Ja, mach ich jetzt auch. Ja, mach ich jetzt auch. Dennis, hast du deine Leute geheilt? Ja, ich habe die geheilt. Also, ich muss erstmal schnell den Orden raussuchen wieder. Moment, wenn er das knappe Schaft hat? Also, ich hatte noch meinen Visaflor. Was hast du denn für so Pokémon? Na, Stein-Pokémon hat er. Hat Danny stärker als du, Thorsten? Nein, ich habe gegen ihn verloren. Wann ist das stärkste, was du hast, Danny? Level 42. Das Weste ist Level 27. Meint sie sogar stärker, ey? Ja, wenn du einen Chance gefangen hast. Tränke und alles ist verboten, Danny, weißt du ja? Nee, gar nicht. Tränke sind verboten. Ja, Tränke sind verboten. Faraheiler? Alles verboten. Ich habe ein Pokémon-Center gefunden. Really? Okay? Ja. Du machst einen zuerst. Ich habe jetzt das Pokémon-Center gefunden. Was du mal gefunden hast? Ich habe gesagt, was der Abgeordnete ist. Ich habe gesagt, was der Abgeordnete ist. Guck mal mit nach. Oh, es kommt zu mir, du, äh, lol. Ja, das ist bei dem, bei dem du schon warst. Ich glaube, du bist weiter weg. Oh, hier ist. Und doch, der nimmt noch den Laden, den Schiff. Komm mal, heran mit deinem. Ich steile dir die Lampen mit, ey. Wie? So. Oh, Populi ist ja auf dem Weg zu mir. Level 21. Äh, eigentlich nicht. Äh, Willi von Dauphin, ich höre dir doch willkommen. Willst du dann auch noch gegen die Arena-Leiter kämpfen? Nee, der ist mir zu stark. Nee, der macht, der passt auf seine Pokémon an. Mensch. Nee, halt nicht. Wenn wir sogar Toss jetzt geschafft haben. Ja. Naja, das war Toss jetzt geschafft, ey. Dann müsste ich das eigentlich in drei verschaffen. Wie viele Pokémon hast denn du? Drei. Gut. Okay, der hat sechs. Ich glaube, ich mache die alle jetzt, äh, mit einem Pokémon. Oh, doch nicht. Der hat nämlich ein Pokémon, was ich nicht erwartet hätte. Mich? Mich, ja. Wo habe ich den Titel mit den Koordinaten? Da. Level 50, Alter. Ich glaube, ich fährt nicht mehr, Alter. Was denn, Danny? Hast du ein Problem mit den Ammonikern? Solltest du LL50 kommen während des Kampfes mit Toss? Ey, ja. Musik gibt's halt, Danny. Wir haben aber klar, dass das nicht klappt. Danny hat zu viel Auswahl. So, siehst du jetzt mal in Ordnung, oder was? Ja. Schon besiegt? Ja. Alter, das ging ja noch schneller als bei mir, ey. Ja, du, ich hab... Turbo-Träter hast du ja schon. Willst du also keinen, oder? Doch. Ich kann's mehr geben. Doch, ich muss dann noch campen. Oder kriegt man die anderen Turbo-Träter? Nee, bloß die einfachen. Ja, nee, ich hab nämlich die alten. Das ist ja die neuen. Die nutzen ich aber nach einer Weile ab. Meine sind eben auch von neu zu alt geworden. Meine sind direkt, als ich sie angezogen habe, zu alt geworden. Ja, nein, das ist automatisch. Das passiert automatisch zwischendurch, ja. Naja, weil du die angezogen hast. Je nachdem, wie deine Füße stinken. Junge, jetzt hab ich zweimal... Egal. Mein Orden. Ah, hier, Felsorden. So, kriegen wir auch einen Bilderrahmen dazu? Nein. Das ist noch alles. Willst du noch eine Kinderfläche und einen Nuckel haben? Was soll ich denn damit? Das kann ich mir nicht an die Wand nageln. Will man von euch nochmal? Eigentlich schon. Ja, ich. Ja, Willm, sie müssen auch noch. Danny sammelt Felsorden. Wollen wir anpassen? Ich hab, äh, Dennis, dein erstes Pokémon erstmal gewonnen hättet, ne? Ich hab auch eins, glaub ich, nee. Nee, ich hab, glaub ich, gar nichts gewonnen hättet. Wollt ihr alle nochmal, oder was? Nee, nee. Also, ich muss nicht. Gerade meine Musik ist zu Ende, unoptimal. Ich muss erstmal gucken, wie ich zurückkomme. Was waren die Koordinaten eigentlich? Äh, nimm einfach, äh, 413 minus 34. Ich hab mir nur, 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 nur. Genau. Minus 930, was? Wie macht man sich so ein Bilderrahmen? Äh, äh, 421 minus 32. Okay. Nicht einfach, sag, ganz dumme Idee. Äh, irgendwie sollen den drehen, muss ich halt kochen. Okay. So, was mach ich denn jetzt, äh, ich weiß nicht, was ich die ganze Zeit machen, ich glaub, äh, mache, ich lauf die ganze Zeit hier nur sinnlos rum, ey. Du kannst es trainieren. Ich trainiere, Farmer, trainiere dann wieder, dann trainiere ich, dann trainiere ich, dann trainiere ich wieder. Also, ich, ich baue immer zwischen, zwischen trainieren und Farmen baue ich immer das Haus weiter. Ah, ich auch. Damit das fertig wird. Fröni, fertig. Essen ist fertig. Fertig. Bling. So. Alter, kommen wir so zu, wir sind in die Fresse geflogen, ey. Jaaa, Fresse. Sag mal, hat jemand mal ein Leder für mich? Nein. Nein. Also, ich hab für mich keinen Leder, deswegen. Ich hab auch keinen Leder, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, also, ich hab... Ja, ich stehe dich mal überall hin. Waren das meine. Ist dir gerade eine schwarze, ah, ich weiß nicht, dass die Koko scheiße? Scheiße, jetzt krieg ich Hungerschaden, ey. Das sind so ungünstig. Ich hab den Schaden bisher, Alter. Das ist ein Schaden. Wenn, dann noch viel weiter. Ich bin Rammler, ich bin total lustig. Der Song-Kokomot hintergefunden. Echt? Was ist denn das für Lebensbalken? Spielsaut. Ne, das war ja gar nicht nur 12. Und ne grüne Apokoko. Was, wer auch noch mehr? Okay. Warum, Dennis? So, so. So, grüne Apokoko. Ich morg. Akkadio, 18. Oh, ich hab keinen Hust. Wann entwickelt sich das so früh? Geil. Ach, Feuerstein, genau. Ja, ja. Ich hab's ja zwingen. Komm ich hier rein? Und dann ist es wieder hin, ich kämpfen gleich. Okay. Wie sind deine Pokémon? Ja, das geht so. Ja, das größte Level. Das reicht, ich geh nicht. Na, Willi, willst du mein Team haben für den Gang? Ach, nö. Rausen wir es schnell. Warum soll ich das haben? Weil, wenn du ein wenig zu schwach hast, nimm ich nur ein Pokémon, damit es fair ist. What? Ja, reicht was, alle Wunder. Oh, ich hab einen Computer bekommen. Ne, ich dachte ja an meinen Kleinschneider, nur Level 38. Äh, 34. Ich hab zwei Computer. Was, wieso hast du zwei Computer? Die abgebaut. What? Will ich einen davon, kriegst Toboträder von mir. Wollt ihr die nicht abbauen? Eigentlich? Doch, wir dürfen die abbauen. Wir dürfen nur nicht aus deinem Haus die abbauen. Ja, aus der Natur nicht abbauen, aber aus der Natur schon. Aus meinem Haus, du meinst das von Professor Eichwild? Ja, stimmt ja. Stimmt, du bist der Rocco. Ja, ich bin Rocco. Roccos normales Leben. Komm mit Rocco. Willi, warum hast du so viele Gefühle? Wie stark ist dein stärkstes Pokémon? Was ist? Dein stärkstes Pokémon. 43. Man, ich nehme jetzt ganz normal ein Team. Ah, okay. Wie viel hast du? Sechs. Ja, okay, dann könntest du es sogar schaffen. Wenn du ein Wasser-Pokémon dabei hast? Natürlich. Natürlich. Mit Wasser-Pokémon one-hitst du die meistens? Welches Level ist dein Wasser-Pokémon? 43. Welche Attacke hat es? Deine stärkste? Was willst du wissen? Hydrostrahl. Ja, okay, one-hit. Ach, scheiße. Aquavella. Hast du ein Elektro-Pokémon? Ja, aber nur der Welt 27. Ja, aber sollte reichen. Mein Elektro-Pokémon-Level 40 hat es ja auch gepackt. Wo ist denn jetzt? Oh, hier ist das falsche Pokémon. Na gut. Ach, hier mein Feuerorden. Äh, Quatsch. Feuer auch. So, Bilderrahm und der Orden da rein. Oh. Ach so, ich muss mal meinen Orden auch erstmal noch safen. So. Yay. Beißen ist doll. Die Bälle. Feuer-Oden. Kante. Mist. So. Feuer-Oden. Wie der Wiener ist duftet. Den brauchen wir erst noch. Den haben wir ja noch gar nicht. Dann wollen wir mal loslegen. Hydrostrahl. 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 Hat keine zwei Runde Abklingzeit, wie im Gameboy-Spiel. Macht's nicht? So. War's halt? Okay, Blizzard ist zu schwach gegen Wasser. Aua, ist mir gar nicht mehr getan. Mist. Eisstrahl. Eisstrahl? What the fuck? Was ist das für ein Vieh, ey? What the fuck? Ja, das kann Eis, Wasser, Stein, normal, sogar Boden, ja. esta ist ja schon mal drauf. So. 气art. Mun functions an. Was ist das für ein Vieh,drop productos ist das Heimer. Von Not分 experiments war. Was ist aus einem Kur Artsouver concerned. Vielen Dank.